Das Ding. Live, laut, lässig. Schnell oder langsam? Langsam. Welches Lied zuletzt lauthals mitgegrölt? Crimey River. Wann hast du zuletzt gelogen? Heute. Fahrrad oder Ferrari? Äh, Lamborghini? Ja, Ferrari trotzdem. Also, wo man sich entscheiden muss. Zwischen Fahrrad. Jetzt kannst du das nicht machen. Wir sind ja trotzdem Stadtmenschen. Nächste Frage. Sex mit der Ex? Nächste Frage. Was versteckst du unter deinem Bett? CDs. Wovor lohnt es sich zu kämpfen? Für die Musik. Was macht eine Frau schön? Alles. Was geht gar nicht? So Fragen wie Sex mit der Ex in ein Interview. Da muss ich weinen. Letztens habe ich geweint bei so einem Film Awakings mit Robert De Niro und Robin Williams. Wunderschön und schwer. Da muss ich weinen. Küssen beim ersten Date? Kommt drauf an. Pflanzen. Sollte man die lieber rauchen oder essen? Gießen. Kinder macht es hier nicht nach. Alle Kinder singen Spliff. Ich liebe unseren Turbos, weil... Kommt drauf an, welcher? Das wollte ich schon immer mal sagen. Bejume. Dankeschön. Danke dir. Das Ding. Radio, Fernsehen, Internet.